Gesundheit. Am 22.02. steht Merkur im Trigon zu Mars und kann Ihnen die rettende Idee eingeben, wie Sie ein gesundheitliches Problem, das Sie schon lange belastet, am besten angehen. Zögern Sie nicht, jetzt sollten Sie sich mit einem Experten aussprechen. Generell ist Ihre Gesundheit im Februar recht gut, sie könnte aber durch Überkompensation von Stress gefährdet sein. Bitte Distanz schaffen zu Stressoren.